Ich möchte nichts ausschließen. Nehmen wir die Killerbrücke rüber. Wir können die Killerbrücke rüberrennen, die Tür aufmachen und direkt reinjieten. Okay. Wie dumm ist die Idee? Sehr dumm, aber wir machen's. Ja, ist rot. Warte noch. Ich hatte keine Chance. Alter! Hast du die gekillt? Oh, der Butcher wird mich killen. Fabi. Oh Gott. Nein! Da reicht's noch. Das geht nicht! Oh! Wollt sie den Badish vielleicht? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin sicher, dass das gute Idee ist. Ja, er blockt gerade in Corona, glaube ich. Ich würde's nicht tun. Äh, kocht was, ne? Äh. Äh. Ich bin kein Team. Leute, die haben aufgestellt alle. Du kannst auf diesen Vorsprung walten hier, genau. Da ist ja auch jemand. Ich bin hier nicht so wohl. Ich bin hier nicht so wohl. Ach, die sehen dich nicht. Jetzt kannst du mich nekronen. Jetzt kannst du mich nekronen. Na ja, da könnten sie das schon sehen. Kannst du auf die Ecke hüpfen. Kommt jetzt wieder zu mir. Oh, da ist wieder Joke. Ich hab ne Lebelle. Meine Shorty wurde geklaut. Also, das Wide Shot hab ich getötet. Hinten, links. Hinten, links. Das war super. Ja, weil du halt nirgends durchkommst mit dieser Scheiße. Nein, da ist er. Kommt rum, kommt rum. Jetzt wieder nach hinten links. Hinten, links. Habt ihr sie gesehen? Da ist einer, glaub ich. Habt ihr sie gesehen? Da ist einer, glaub ich. Ja, die ist raus. Ich heil mich. Da liegt gleich der Gift auf der... Dings. Ich heil mich. Sag auf, die steht wahrscheinlich in der Tür. Ja. Das war's noch. Ja, zu spät! Welche Tür? Hier unten, hier. Ja. Ja, Gift drauf geschossen. Jetzt kommt noch ein Team. Nick, was hast du vor? Die ist halt immer noch an der Tür. Ja, ja. Was soll ich machen? Ich würde hier warten erstmal. Ja, aber worauf? Dass die einen Fehler machen, nicht ich, weil ich hab nur noch 100 HP. Ja, die ist alleine. Das weiß ich nicht. Ja, ich schon, weil zwei Leichen da rumliegen. Ich glaub, das ist noch ein Team. Ich hör mehrere. Immer der Bad Bounty. Ist nur die eine. Ja. Ah, warte, die ist hier unten. Läuft hier rum. Läuft zum Eingang. Ich glaub, ich stell Gona auf. Ist tot. Hast du noch Scan? Ja. Ich kann auch scannen. Alles frei. Okay.